Die neue Generation des CLS Coupés steht in den Startlöchern. Zehn Jahre nach Gründung des Segments präsentiert sich das viertürige Coupé noch dynamischer und bringt technische Innovationen mit Vorbildfunktion auf die Straße. Serienmäßig ist die neue Generation CLS mit Voll-LED-Scheinwerfern ausgerüstet. Eine neue Dimension der Lichttechnik öffnet das auf Wunsch erhältliche Lichtsystem MultiBeam LED. Mit 24 individuell steuerbaren LEDs pro Scheinwerfer leuchtet es schneller und präziser als je zuvor die aktuelle Verkehrssituation automatisch aus. Ebenfalls optional ist das Fahrassistenzpaket Plus, das mit seinen nochmals erweiterten Sicherheits- und Komfortfeatures einen aktiven Beitrag zur Sicherheit im Straßenalltag leistet. In ausgewählten Modellen sorgt zudem das neunstufige Automatikgetriebe 9G-Tronic für noch mehr Effizienz und Dynamik. Das ebenfalls aufgewertete Interieur wartet mit einem neuen 20,3 cm großen Display, erlesenen Materialien und einer neuen Lenkradgeneration auf und verbindet so modernen Luxus mit leidenschaftlicher Sportlichkeit. Unter der Bezeichnung Mercedes Connect Me geht mit der neuen Generation CLS in Europa auch ein neues Paket von Servicediensten an den Start.